So Leute, jetzt gehe ich wieder in Rosenbach rauf. Heute wieder mit meinem Opa. Beim letzten Mal waren wir auch wieder Züge schauen mit meinem Opa. Das war damals auch so geil. Wir werden wahrscheinlich zum Karawankentunnel raufgehen. Das gibt so einen Tunnel, der geht von Slowenien bis Österreich. Und da fahren halt öfter Züge. Ich sehe auch, es schneit. Vielleicht seht ihr das in der Kerl? Ich bin da nicht sicher. Oh mein Gott, ich hoffe, ich rutsche hier nicht aus. Das wäre ein bisschen scheiße. Sieht man das irgendwie, dass es ein bisschen schneit? Kann man das sehen? Warte, kann man das sehen? Ja, man sieht es, glaube ich. Es schneit hier, es ist Samstag. Und ich weiß nicht, was ich so sagen soll. Also haut rein Leute, bis später dann, beim Tunnel.